Das Institut, jene, die daran vorbeigehen, aber auch jene, die da rein und raus gehen, bekanntlich ist das Institut auch vom polnischen Außenministerium unterstützt, hier erinnert werden, wie es Menschen, die eine andere als heterosexuelle Orientierung in Polen haben, geht. Das Gleiche machen wir in Ungarn, auch die Ungarn werden wir daran erinnern. Eine weitere Fransch, wenn man so möchte, ist jetzt schon in Produktion, das heißt, es wird einen zweiten Präsentationstermin geben vom Ungarischen Institut, von der Ungarischen Botschaft und diese Mannwache geht dann auch auf Reisen durch die Bundesländer, um jeweils auch dort in den Landeshauptstädten, wo eben polnische und ungarische Institutionen vorhanden sind, diese Mannwache aufzustellen.